Hey Leute, ich bin Timo, Austauschstudien in Budapest und ich sitze hier mit zwei wunderschönen Damen auf der wunderschönen Margarit-Insel mit einem wunderschönen Ausblick. Wir möchten euch das zeigen, wie Budapest aussieht und was euch eigentlich zukommt. Und wir werden zeigen, wie das Leben hier auf der Uni aussieht. Genau, und deshalb suchen wir genau die. I got my mind set on you, I got my mind set on you, I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know I put my mind to it, I know I really can do it. I got my mind set on you. 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 But it's gonna take money, all I'm spending money, it's gonna take plenty of money to do it right child. Set on you. Set on you. Hey Leute. Hier sitzen wir gerade vor dem Parlament. Echt schöner Platz, eignet sich gut zum Lernen, mit Freunden zu chillen und einfach ein bisschen zu relaxen. Ja, unsere Gebäude ist gerade in der Nähe. Also wir können in zwei Minuten hier sein und das schöne Wetter hier genießen und ein bisschen noch lernen. Dann mal ran an den Speck. Dann mal ran an den Speck. Dann mal ran an den Speck. Dann mal ran 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.